In diesem Tutorial lernst du, wie der Blutzuckerspiegel von der Bauchspeicheldrüse aus reguliert wird. Der ideale Blutzuckerwert eines gesunden Menschen beträgt 60 bis 90 Milligramm Glucose je 100 Milliliter Blut. Glucose ist der Fachbegriff für Traubenzucker, den wir im weiteren Verlauf des Tutorials verwenden. Wenn wir jetzt Nahrung zu uns nehmen, zum Beispiel einen Apfel, gelangt der darin enthaltene Zucker, also die Glucose, in unser Blut und wird mit dem Blut im gesamten Körper verteilt. Die Folge ist also, dass der Blutzuckerspiegel stetig ansteigt. Die langerhandschen Inseln der Bauchspeicheldrüse, wie hier dargestellt, registrieren jetzt, dass der Blutzuckerspiegel laufend ansteigt und schütten daraufhin das Hormon Insulin aus. Das Insulin wird jetzt von der Bauchspeicheldrüse ins Blut abgegeben und verteilt sich mit dem Blut im gesamten Körper. Zum einen regt das Insulin jetzt die Leber dazu an, die Glucose im Blut und damit den Zucker in Form von Glykogen einzuspeichern und so aus dem Blut zu entfernen. Zum anderen regt das Insulin die Körperzellen an, Glucose, also Zucker, einzuspeichern und damit den Blutzuckerspiegel abzusenken. Das heißt, die Konsequenz daraus, dass jetzt zum einen die Leber Glucose einspeichert und auch die Körperzellen Glucose einspeichern ist, dass der Blutzuckerspiegel kontinuierlich absinkt. Und somit wieder auf den Idealwert von 60 bis 90 Milligramm Glucose je 100 Milliliter Blut absinkt. Wenn wir jetzt längere Zeit nichts essen oder Sport treiben, dann sinkt der Blutzuckerspiegel immer weiter ab, bis er dann unterhalb des Idealwertes liegt. Diese Unterzuckerung, das heißt, dass jetzt im Blut zu wenig Zucker enthalten ist, ist genauso schlecht für den menschlichen Körper. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse und damit wiederum die Hormondrüsen auf der Bauchspeicheldrüse, die sogenannten Langehanschen Inseln, müssen wieder aktiv werden. Sie produzieren jetzt ein weiteres Hormon, das sogenannte Glucagon, welches auch wiederum Auswirkungen auf den Körper hat. Das Glucagon veranlasst jetzt die Leber dazu, das eingespeicherte Glykogen wieder ins Blut abzugeben, und zwar in Form von Glucose. Die Folge daraus, dass die Leber jetzt wiederum Glykogen in Form von Glucose ins Blut abgibt, ist es, dass der Blutzuckerspiegel wieder ständig ansteigt. Und somit wieder auf den Idealwert von 60 bis 90 Milligramm Glucose je 100 Milliliter Blut ansteigt. Vielen Dank.